Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ja, die Nachrichten aus Grüne Heide überschlagen sich geradezu und wir wollen ganz gerne noch einmal kurze Zusammenfassungen machen. Wir haben heute bereits einmal kurz live gesendet auf das Gerücht hin, dass Tesla trotz Rodungsstopp weiter roden würde. Leider hat der Ton dort, egal aus welcher Himmelsrichtung, egal mit welchem Equipment, nicht funktioniert. Deshalb gibt es jetzt für euch hier nochmal einen kurzen Zusammenschnitt und ein paar Bilder als Überblick. Tesla hat ja bereits einen Antrag gestellt auf vorzeitige bauvorbereitende Arbeiten. Dieser Antrag wurde vom Umweltamt stattgegeben. Das hieß, Tesla kann bauvorbereitende Arbeiten auf dem Gelände durchführen. Warum brauchst du hierfür einen Antrag? Weil die eigentliche Genehmigung zum Bau der Tesla Gigafactory durch das Umweltamt immer noch nicht gegeben ist. Und auf der anderen Seite, weil der Kauf immer noch nicht in Sack und Tüten ist. Denn, wer es vielleicht weiß, man darf erst auf einem Grundstück anfangen zu bauen, nachdem man ins Grundbuch eingetragen wurde. Und ins Grundbuch wird man erst eingetragen, nachdem der Kaufpreis bezahlt wurde. Und der Kaufpreis steht noch nicht 100% fest. Ja, der Kaufvertrag wurde unterschrieben für 41 Millionen Euro, aber es steht noch ein drittes unabhängiges Gutachten aus. So will es das EU-Recht. Darauf wartet Tesla noch. Sollte dieses diesen Kaufpreis bestätigen, dann wird dieser Kaufpreis natürlich unmittelbar bezahlt. Tesla ins Grundbuch eingetragen. Und dann könnten sie von der Seite her mit Bauen beginnen, sofern das Umweltamt zustimmt. Sollte dort ein höherer Preis rauskommen, muss man halt schauen, wie hoch dieser ausfällt. Ob da nochmal nachverhandelt werden muss oder ob dieser anstandslos von Tesla bezahlt wird. Soviel erstmal dazu. Das Umweltamt hatte aber Tesla zugesichert, sie können bereits mit Bauvorbereitenden Arbeiten beginnen. Das heißt Infrastruktur, Straßen, Leitungen verlegen, auch schon Bäume fällen, die notwendig sind, um halt das alles für den Bau vorzubereiten. Denn die Zeit drängt. Tesla hat nämlich nur noch bis 15. März Zeit, die Bäume zu fällen. Denn dann beginnt die Vegetation und dann müssen die Bäume gefällt sein. Sonst müsste man sechs Monate warten. Das war am Donnerstag. Am Donnerstag kam dann die Genehmigung und kurz darauf ging es auch schon los. Die 29 Harvester aus Finnland machten ganze Arbeit. Die Harvester vom Modell Scorpion King schaffen laut Webseite des Herstellers ungefähr einen Baum in 35 Sekunden. Also gehen wir mal davon aus, dass sie vielleicht mit Anfahren ausrichten, allem drum und dran vielleicht eine Minute bis zwei Minuten pro Baum schaffen. Dann kann man sich schon vorstellen, wie schnell die Rodung vonstatten ging. Wir haben ja hier jetzt ein paar Drohnenbilder gezeigt, wie der Wald oder Entschuldigung, der Forst vorher aussah. Und zeigen euch mal jetzt, wie weit man schon am Sonntagmorgen ist, nachdem am Donnerstag mit 29 Harvestern angefangen wurde zu roden. Kurz nochmal zur Erklärung der Vollständigkeit halber. Ja, es wird überall immer von einem Wald gesprochen und die Leute echauffieren sich darüber, dass es kein Wald ist. Das ist zum Teil richtig, denn ja, es ist kein natürlich gewachsener Wald, sondern es ist ein künstlich angelegter Forst aus minderwertigen Kiefern, die zur Kartonagenproduktion dienen sollten und nun geerntet werden im Prinzip. Ein Wald ist aber im deutschen Sprachgebrauch eine Ansammlung von Bäumen. Deshalb sprechen auch viele Zeitungen immer wieder von einem Wald. Dass es botanisch gesehen kein natürlich gewachsener Wald ist, ist dabei natürlich unerheblich. Das nur der Vollständigkeit halber. Also wie ihr hier seht, hat Tesla schon begonnen, einige Bäume zu roden. Man sieht schon eine riesengroße Freifläche. Man kann schon erkennen, man kann schon weit in das Gelände hineingucken. Man sieht eine halbwegs befestigte Straße. Man sieht, man ist mit einem gewissen System vorgegangen. Warum, können wir leider nicht berichten. Wir haben heute auch erfahren, man könnte auf das Gelände drauf und man könnte auch auf dem Gelände filmen. Man müsste sich aber vorher per E-Mail anmelden. ZDF und RBB haben das wohl getan. Das war uns nicht bekannt. Wir werden das für demnächst auch nochmal vorhaben, damit wir dann auch nochmal von dem Gelände selber vielleicht euch ein paar Bilder bringen können. Vielleicht können wir auch den ein oder anderen interviewen. Denn natürlich hat man nur Zugang zur Einlasskontrolle, zum Security und hier wird einem nichts gesagt. Natürlich, die Mitarbeiter dürfen nichts sagen oder können teilweise auch nichts sagen. Wir denken mal, man gibt ihnen einfach gar nicht mehr Informationen, als sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Das ist auch ganz normal. Das wäre bei jeder anderen Baustelle nicht anders. Hier nochmal ein paar Bilder, wie wir durch den Forst gegangen sind, noch bevor der Bau, bevor die bauvorbereitenden Arbeiten begonnen haben. Da habt ihr mal ein Gefühl und auch ein paar Drohnenbilder von da drüber, wie weitläufig dieses Areal ist. Und dann haben wir hier noch ein paar Drohnenbilder von Tesla Kit. Vielen Dank dafür, dass wir diese Bilder verwenden dürfen. Und hier sieht man, wie gesagt, deutlich, wie schon systematisch an vielen Stellen viele Bäume gerodet wurden. Es finden sich hier immer wieder Leute ein, die sich das ganze Spektakel angucken. Man kann leider aus der Ferne nicht sagen, ob das einfach nur Anwohner sind, ob das nur Touristen sind oder ob das Mitglieder der verschiedenen Verbände, Vereine sind, die sicherstellen wollen, ob hier auch wirklich nicht weiter gerodet wird. Das können wir leider von hier aus nicht beobachten. Was wir aber sagen können, ist, der Rodungsstopp, wie es der Name natürlich vermuten lässt, bezieht sich rein auf das Bäume-Roden. Das bedeutet, Tesla kann weiterhin bauvorbereitende Arbeiten vollziehen. Das bedeutet auch weiterhin Infrastrukturausbau. Wie man hier zum Beispiel sieht, Kanäle anlegen, Rohre unter die Straße durchschießen, Kabel verlegen, Leitungen verlegen, Anschlüsse setzen, Straßen befestigen etc. pp. Das alles kann weiter gemacht werden und wird sicherlich auch morgen am Montag weiterhin gemacht. Nur das reine Baumroden ist ihnen untersagt worden, seitens des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. Nachdem die Grüne Liga und der Bayerische Naturschutzverein VLAB vor dem Frankfurter Gericht gescheitert sind, hat man erneute Beschwerde dagegen eingereicht. Beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg diese gaben dann der Grünen Liga recht und verhängten den Rohdungsstopp einzig und allein bis zum Zeitpunkt, bis das richterliche Urteil seitens des Frankfurter Gerichts vorliegt und bis zur endgültigen Klärung, respektive bis zur Entscheidung seitens des Umweltamtes steht hier das Rohdungsstopp, sollte das Umweltamt sagen, das ist alles in Ordnung, hier darf gebaut werden und das Gericht daraufhin entscheiden, ja, das ist alles in Ordnung, Tesla darf dort bauen, dann ist der Rohdungsstopp natürlich auch vom Tisch. Wir hoffen natürlich, dass dies noch vor dem 15. März passiert und Tesla hier wie geplant bauen kann, noch bevor die Vegetation beginnt. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar Bilder und bedanken uns schon mal fürs Zuschauen. Entschuldigt bitte den schlechten Ton heute live vor der Baustelle. Wir haben wirklich alles Menschenmögliche getan, aber deshalb haben wir das Video offline genommen und zeigen euch jetzt diese Bilder neu vertont mit meiner Off-Stimme in der Hoffnung, euch so ein besseres Bild davon geben zu können. Bitte abonniert unseren Kanal. Beim nächsten Mal werden wir sicherlich auch aus dem Auto streamen. Wir hatten auch eine sehr schlechte Internetverbindung dort in Grünheide. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal doch eher aus dem Auto streamen und höchstens mal nach außen filmen, sodass man ungefähr sieht, wie weit man ist oder ein paar andere Bilder einblenden. Wir lassen uns etwas einfallen für Grünheide. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.